Hört mich halt durch den Stream, ne? Ne, weiß ich nicht. Wie talkst du schon wieder? Ja, Mori. Das reicht doch. Fräulein. Fräulein Blaubarschpube. Dankeschön. Blaubarschpube. Diese Serie. Ja, Spongebob. Alter. Diese Superhelden. Ja, wir haben eine Blaubarschpube. Die besten Superhelden, die man sich je vorstellen kann. Ey, ich brauch doch nur eine Pampe. Ich hab keine Pampe. Ehremann. Hä, du brauchst dir doch selbst, Digga. Hier können wir. Oder richtiger Ehremann, Alter. Er lässt einfach Vortritt. Gesundheit, Waldemar. Danke. Gesundheit, Waldemar. Danke. Gesundheit, Waldemar. Danke. Bitte. Sie sind wie beim Geburtstag. Danke, danke, danke. Danke, danke für eure Geschenke und für eure Gratulation. Bitteschön. Bitteschön. Haben wir doch gern gemacht. Ne. Ne. Hab aber nicht. Almar, ist das Beste mir wichtig. Äh, ne Homo, aber. Ah, das ist sehr wichtig. Mann. Ey, man, natürlich wird ich immer angerüttet. Yippie. Ich schnauze voll. Zum Glück ich nicht. Was für Yippie, Alter. Es gibt nicht was Yippie. Zum Glück ich nicht. Yippie, ja, yay. Oh, so meinsch, Alter. Oh, man. Hey, Justin ist ja, Justin ist ja die ganze Zeit hier gestorben wie so'n, wie so'n Herzkranker. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Nein, du bist nicht vorbei. Digga, der gammelt da vorne, Mann, ey, du bist ein, ich will jetzt nicht beleidigen, du brauchst auch noch ein bisschen Kohle. Ich geb' dir so hart. Guck mal, obwohl wir hier im Fight sind, er versucht, wieder zu beleben. Das nennt man ein Teammate. Ja, glaub ich, ja. Äh, warte. Danke. Oh. Ey, ich bin vielleicht low. Ja, ich bin runtergefallen. Nein. Kann ich abbrechen. Alter, wir, wir finischen, ey, 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 ey. Oh. 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 Mann. Oh. Am Abend alles verschwitzt hier. Oh. 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 vor allem Jungs muss ja eigentlich werden das schon genug ö ö ö wir müssen sind eigentlich mal hier die Wienste auch noch Geld geben Hallo? Hey. Hi. Ich hab 119 Kommentare, Junge. Bis jetzt, Mann. Äh, nicht mal durch. Hey. Hey. Justin, guck mal in den Chat. Wieso? Guck einfach. Danke, dass du's lässt. Guck einfach. Danke, dass du's lässt. Wir gehen jetzt nach Tilti. Wenn wir jetzt sterben, dann... Okay. Spielen wir jetzt Gruppenkeile diesen Abend. Ich hab doch keinen Bock mehr auf diese... Warum hast du jetzt auf deine Lea geschlagen? Junge, das ist doch kein Lea mehr, Alter. Das hab ich mal gesagt. Und jetzt? Jetzt bist du das, Junge. Okay, ich dachte... Ja, okay, verprügel mich weiter. Äh... Ja, darf ich dich verprügeln? Ich verprügel dich jetzt richtig. Nein, mach das nicht so. Wenn du... Wenn du... Wenn du mal verprügelst, dann verprügel uns nicht. Okay. Warte, mach. Darf ich dich verprügeln so richtig doll? Mach. Mach. Aua. Aua. Nein, dann verprügeln nicht lieber. Aua. Soll ich dich mal durchschütteln? Soll ich dich mal durchschütteln? Bitte nicht, ich hab schon genug Kopfschmerzen. Lass denn, stell dich vor doch zu los. Aua. 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 Was? Schlag nicht. Wolle Marzen nicht verbiegen. Nein, ich schluck nicht. Das ist halt Ehre. Wolle Marzen nicht verbiegen. So, ich lass das jetzt mein Hund verschlafen. Ich hab schon. Mein Nachbarn, die wollen ja auch überhaben. Lass jetzt deine Nachbarn auch schlafen. Ja, ey, ich werde... Ich werde... Ich werde dir noch angeschossen haben, Herr Kohl. Wieso du wirst an die angeschossen? Du hast ja keinen Schorn bekommen. Och, jetzt kommt wieder der Scheißer hier. Alter Scheißer muss man immer im Team haben. Äh. Ja, nachher so, ähm, du musst den Granatenwerfer jetzt dagegen schießen, damit es 45 Grad ist, damit du ihn auch hittest. Du musst den Granatenwerfer umdrehen. Du musst den granatenwerfer umdringen. Du musst den granatenwerfer umdringen. Du musst den granatenwerfer erhöhen. So, Kanar abdringen. Ohr, nein, er ist tot. Wer hat ihn getotet. Oh, ist, Mission this. Ich versuch tradition darunter den schnellen bendermоляen. Wer hat ihn getotet? TUTO. 1 um x ab in das schnett für dich mit kommt Prozent die Gerteilung aus dieses Lachen für was Esels Lache was ich würde es ein bisschen triggern er hier lasse lasse gönn dir gönn dir mein Freund hier gönn dir gönn dir gönn dir gönn dir ich kam da nicht durch gönn dir gönn dir ich kam da nicht durch ich muss nicht wieder nötig spielen pass mal auf Digger dann kann man von hinten like a call auf Youtube ja abgestoppt da haben wir noch nicht in Ruhe das ist nicht nur ab Alter das habe ich von Jani gelernt hier das ist für mich nicht das ist man lasse doch für mich man heißt es endlich dann wird deine Ruhe ja Ruhe dann wird deine Revive beim Start oder eine Revive I'm coming Bam 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 dann ist wieder dann ist wieder Wallshot den Stilz oh wieder Stilz du zweiter da musst du dir Stilz du lernst von Junge die werden Stilz aber im ganzen ich habe Alter ich habe zwei Raketen geklaut Jani hat geschrieben du lernst von dem Besten Hä ich habe den gerade schon mal getötet Junge 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 Hä den habe ich getötet ich habe Angst auch nur diesmal Jani 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 Wachmann im All ja da kann ich nicht das sei da macht man die Liefer 1 HP wenn jetzt abriss sterblich und das lasse ich doch verrecken bis dann neust Leuchter Bus wieder wie warst dass wieder 100 Leben oder auch so Jani der ist dort ja lang du bist ja wieder mal aufgepumpt ist ey hat jemand müssen Schrottländen Munition Jani du kleiner aktiver äh was machst du jetzt noch so kleine Smalltalk die Stars Ananas was ey warte mal ich kann mich nicht beweisen ja weil der Bus glaube ich noch leer ist ach klar ach ich brauche leben ach ich glaube ich muss dann aber nach der Runde auch noch Foschro für Munition könnten wir zu dritt führen neustadt Bus neustadt Bus wird von Team genutzt fick dich ich mein dich doch nicht dass ich mein zu dem Bus und äh ich hab wieder scheiße und ich bin beleidigt kacke bisschen schlafen wie ist das stream sehen ja ok nein hab ihn Spaß ja ja ich bin ja 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 es ist da sonnenuntergang lasst du kannst du sagen ja lasst ja aber erst verspätet wegen stream das mal spielt in das nur spiel chat gehen damit ja dann legt es einfach hin und markier ich hab ihn jetzt vom schild gesucht ich höre hier ein hoverboard ich höre hier ein hoverboard ich weiß dich dann einfach mal ein dankenkort wow den gegen ich höre hier ein hoverboard warte mal hörst du durchgehenden hoverboard ne nicht durchgehend sondern so manchmal jetzt werde ich schon wieder ich höre hier ich höre hier wieder da und wir alle durchlaufen und der perfekte macht live shop jas noch mal läuft und hat schon ein bisschen lang gelaufen Ich habe keinen Tonk an.